Ich werde dann einen Verein aus Lettland kommen, die sind auch das ebenfalls das erste Mal bei uns dabei. Das Windorchestra Ipaya aus Lettland. Das ist noch eine recht junge Band, die erst 2009 gegründet worden ist. Es sind mittlerweile schon jetzt national wie auch international an Wettbewerden dabei. Viel Spaß! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.